ich bin gespannt was kommt jetzt 76 schon was war das noch mal was ich machen musste hier ist meine statistiken was waren das noch mal guten aufträge ich gucke einfach da mal rein so was waren das noch mal aktiv 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 mit sprengsätzen genauso genau das heißt ich muss jetzt mehr hier auf der mal die genotoren so ausgehen genau anstatt denen mache ich jetzt ich habe das gar nicht nie eingesetzt weil ich das nicht benutzt habe sprung dingens mache ich jetzt sperrfeuer ein ja ich glaube das mache ich so ach ich bin wir jägerstaffel okay die seite die meisten feindlichen schiff stadt gewinnt imperiale blockade los geht es ich spiele mal mit maus zum unterschied das spiel gestartet aber wir haben schon viel ich habe eine reichweite ich habe recht weiter gleich 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 ja mal also das war nun habe ich habe schon gefreut war nun mal normal ex wegen da ist einer wieder normal ex wegen gibt auch punkte mit maus mit maus lässt es sich leichter spielen muss ich gestehen so wer war das kann ich kann ich irgendwie rauskriegen wer mich wer mich hier angreift ich habe noch heilung nein ich war mitten ich spiele wieder mit maus pad äh mit dem game pad wo seid ihr oben wird mir hier unten angezeigt wird mich als letztes getötet hat ist das red 6 ein wilding wieso kann der in wilding spielen ich bin wieder im nachteil das kann doch nicht weitergehen was was so bild ist so wird alter was ist denn das jetzt zieht doch mal drauf also weil ich muss meine maus anders einstellen die zieht so ein bisschen rüber also die der hier das hier ist viel direkter als die maus wir werden ja abgeschlachtet nicht ganz liegen die zähne im rückschritt miki komik gewollt habe ich war das nicht leider wir haben einen wilding erledigt da ist ein x-wing der hat sich direkt vor mich gesetzt das heißt es muss eine k.i. sein also das war irgendwas hinter mir kann das sein also ich würde es ein bisschen gegner gewesen sein aber ich konnte noch einen vernichten sehr gut rot fünf flügelmann halt dann nehme ich sofort wieder erfasst das ist denn das für eine scheiße hier red 6 der schiedet doch der tüt ist immer nur der der mich tötet der spielt bestimmt mit joystick viktor egal wie der heißt noch günter heißen jetzt kommt hier noch ein was ist und die alle aus dem ross die tif nein schon wieder schon wieder dieser six oder was hier da ist das was jetzt vernichtet nicht ganz los ich sehe kein mehr ich der obi juan spieler fügelmann das ist ein held er spielt auch in helden wo das war das der kraft ua fack victor 3 ich war victor 3 aber so spielt sich das viel besser viel epischer victor 3 wieder zurück ich habe respawn gehabt oh ja das hört sich vieles an ausweichen leider ausweich mit der wein bx1 vernichtet spielt man nicht da bin ich nicht so gut drin eigentlich gar nicht drin ja das sagte so einfach mehr juan mann warum schaffen die das mit nur mit so drei schisten immer was ist das so dass das sind das für mal was habe ich denn da finde ich habe eine andere fähigkeit als als x-wing ok interessant wenigsten habe kann ich gegen die ki müssen was machen was schon wieder nur zwei schüsse was ist denn das für eine scheiße jetzt bleib doch mal stehen hier nein ich komme noch nicht hinterher ohne scheiß ich spiel es mal wieder mit maus aber die maus ist die schuliert so hin und her ja mal die können baby fliegen nichts da oryx 1 oder schuss oder schulden ich weiß nicht woher die da mich immer zwischendurch entfernen einmal abballern ich habe eine andere dritte waffe als die x-wing ist das ist neu dass wir die bitte noch mal einmal abfeuern schade 912 ja das muss ich noch ein bisschen üben da müsste ich üben eigentlich red6 ja der hat echt viel abgeschossen wie viel hat er abgeschossen jetzt habe ich nicht drauf geachtet 3 richtige kills naja naja nicht so toll kampfstation aber man müsste ich habe gesehen im trailer beziehungsweise in einem in einem anderen spiel dass dass man auch auf dem top beim toten stern kämpft oder ist das jetzt eine offline mission das weiß ich natürlich nicht das wäre natürlich auch möglich die mache ich ja gerade ne sanitätsräder da brauche ich die kämpfer natur fluchtkünstler berserker cyclergewehr kopfgeldjäger ein paar neue sachen dabei die jahren kann ich mir hier die jahren kann ich mir außen lang hier ja der schwere repetierblaster tl 50 t feuert aus seinen drei rohren ein wahres feuerwerk von bolzen ab und kann seine energie zu einem zerstörerischen schütterungsprojektil bündeln hinweis sekundärfeuer ist nicht verfügbar wenn ein waffen modifikator waffen modifikator was die feuerreite ist mega reichweite mega aber schaden ist so gering und kühl und kraft geht auch einigermaßen so wir starten ach jetzt muss ich wieder fliegen nur auf der anderen seite attrikiere wegen des baumannemangens die in der dnd last zerstörer so das ist kein mond freigeschaltet errungenschaft ich schätze mal wenn wir das schaffen kommen wir dann zum todesstern ah ne der ist da hinten das hat das letzte mal auch nicht funktioniert so jetzt müssen wir nämlich nur die die tie fighter hier abschießen nur nur da ist einer so einer ist weg bäh da ist einer jawoll so und jetzt müssten gleich die kommen die y-wings und dann müssen wir die schildgeneratoren angreifen wo ist ein bisschen nein heute nicht den kriege ich noch ja ich würde gerne aber ich habe keinen abschütteln ich kann nicht abschütteln ich bin noch nicht frei jetzt bin ich tot ok nochmal bapadaba 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 oh ja der hört sich so gut deine sound olex 1 wieder mal anflug olex 1 hier melde mich an in den kampfschät er kommt schon in den kampffunk aber eine wie sie haben wie sie aus weg ist weg aber man hier habe meine stabilisator sind scheiße wer bauten solche schiffe hier ja ich habe schon muss man außen sicht machen und hoffen dass ich hier gleich eine abwege leider komme ich nicht so ganz hinterher wenn ich da jetzt drauf ziele dann müsste der noch treffen ja irgendwas ich habe zwei ich habe zwei schaden gemacht so man muss wieder zurück ein moment da ist noch so einer ne ich kriege ich nein 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 verdammt ich guck mal was der a-wing so kann a-wing ich möchte zum b ich habe eine andere rakete ne kann das sein habe ich eine erschütterungsrakete oder was ist das ah und ich habe speed anstatt schilde das haben sie geändert das finde ich cool dass man jetzt nicht die gleichen sachen hat das ist noch die gleiche raketen dann los da fliegt immer im kreis na los ja wohl ein reaktor vernichtet Der zweite auch schon fast Verdammt Aber es sieht cool aus Auch wenn ich scheiße spiele Ich war da mal so gut drin Ich habe aber mit Maus gespielt damals Aber die Maus hat sich irgendwie verändert Die ist labbriger geworden Wenn ich mit Maus spiele Dann zieht das so langsam hinterher Links ist viel direkter Vielleicht kann man das aber doch irgendwie einstellen Da sana, da sana, da sana Verdammt Aber ein Abfanggegen habe ich zerstört Wenigstens das ging So Ja wo ist denn das Ist die Frage Boah Ich schütze mal Das da Das da Nichts da Verdammt Die spielen alle besser über sich Ich probiere es nochmal mit der Maus Kann ich das Ein Moment Kann ich das Steuern Oh oh Ne Das ist zu viel Nichts da Nichts da So Die schliert so hinterher Das ist doch kacke Das ist ganz schön kacke Dass die so hinterher zieht Wenn ich es so mache Gehen wir mal Gas Ich gebe Gas Ich will Spaß Auf Sub Sub Habt ihr das gesehen So Jetzt landen wir hier Und müssen das ganz normal machen Die nehme ich mit Und start Einfach mal auf Glück dahingeschossen Das ist einer Das ist gerade auch sehr seltsam Mit meiner Mit der Maus für meinen Für den hier Was ist denn da jetzt anders? Habe ich was anderes gemacht? Aber das habe ich doch nicht geändert Huch Ich habe doch echt nichts geändert Das ist jetzt so langsam Chewbacca, jawoll Ach hier, guck mal Hier sind die Geschütze Kann ich was machen? Original Irgendwie ist die Maus seltsam Ich habe da gar keine So richtige Kontrolle gerade Jawoll, eine habe ich schon mal Für die neue Das ist doch Seltsam Das ist ganz seltsam Mit der Maus gerade Das stört mich Das stört mich Jetzt schon Das war für ihn nicht so Das stört mich jetzt sehr Da muss ich gestehen Guter Maus Naja Weil die nicht so schön reagiert Wie bei Overwatch Die zieht so Sie ist ein bisschen Labbrig Sag ich mal So kann man das ganz gut beschreiben Dann bricht Schon mal einen zweiten Mit dem Antitonator Das kriege ich heute noch hin Hier Aber wir sind immer nicht Mit Ernst überlegt so weiter Wir müssten da vielleicht mal hin Skywalker ist hier Folgt ihm Ein Moment Ihr hört jetzt keinen Ton Jetzt ist etwas besser Wieder Jawoll Jetzt wurde jetzt wo Jetzt ist besser Das war gerade Das lag gerade An meiner An meiner An dieser Software Wo Von der Seite So Jetzt läuft es mal besser Vielleicht läuft es jetzt auch beim Fliegen besser Vielleicht weil der Auch vielleicht auch Bei der Controller Dazwischen war Ja auch möglich Besser laufen nicht Aber es ist Es fühlt sich besser an So Ach ja So Ach ja Ach ja Ach ja 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 Naja jaja dann habe ich gerade eins geworfen vielleicht mal da reinwerfen sollen DauAAAAAAAAA unsere Troiden vom Todesstern wegschaffen. Hey, 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 oh, das wäre da, ist da. Hey, hey, hey. Nein! Wir müssen da jetzt endlich mal durch. Egal wie. Ach, das bin ich. Ich habe immer gedacht, wann starte ich denn jetzt endlich? Ich dachte immer, es wäre mein Partner die ganze Zeit. Alter, das ist so enge Gebäude und so enge Dinger. Da wirst du einfach nur eine Granate und triffst 50.000 von denen. Mach auf, mach auf, mach auf. Hör ich rein? Uh, da ist die... Der Räder. Schade, dass er 2D zu nicht auch noch schießt. Und wenn er aktiviert wird, mein ich. Da hat er sich versteckt. Jawohl. Deswegen habe ich noch vernichten können. Wo bin ich denn hier? Oh, im Darkroom. Micky, komm her. Und verlichten. Verdammt. Die warten da auch. Das ist echt keine Chance. Wenn die da stehen. Dann wirfen die einfach die Gasgranaten rein und sowas. Und dann kommst du nicht weiter. Oh, voll annehmen geworden. Oh, krass. Er ist um die Ecke. Wenigstens, den konnte ich der Wolfi noch so erledigen. Weil wir sind schon relativ weit mit R2D2. Und weiter. Thermal Emploader. Hahahaha. Habe ich jetzt meinen Auftrag erledigt? Ich habe da... Wie viel waren das gerade? 20. Das waren so viele gerade. Beeilung. Ihr Zellentrag mit euch. Da müsste ich aber aufgeräumt haben gerade. Alter, was da gerade. Los, R2D2, ran. Wusen wir eigentlich. Jawoll. Ach, jetzt haben wir weiter. Ja, wir haben es weiter geschafft. Keine Station, ein Grabenangriff. Todesstern, Oberfläche. Das ist wie so eine Geschichte. Du musst jedes Ding schaffen, damit du weiterkommst. Okay, jetzt müssen wir wieder fliegen. Das weiß ich zufällig. Ich spiele wieder hier. Nichtswing. Jawoll, Leute. Willkommen auf dem Todesstern. Wie geil ist das denn? Ich spiele wieder dieses Grabens. Reib ihn mit vollem Schub an und zerstör ihn. Jawoll. So. Wir müssen nämlich unsere Leute in den Gräben jetzt verteidigen. Wir müssen da so eine Art Lauf machen. Die haben so Checkpoints, die sie abfliegen müssen. Und wenn sie die erreichen, dann können sie die töten. Beziehungsweise in die Luft fliegen. Luft jagen, meine ich. Aber die müssen wir halt beschützen. Alter. Ja, los. Ich bin von der Grabenangriff eingeteilt. Na gut, dann nimm mal los. Nein. Scheiße. Boah, einen Checkpoint konnte ich ja holen. Scheiße, ist das schwierig. Vor allem, weil er so hin und her wischt, ist das so schwierig. Ich wünsche, die Steuerung wäre etwas direkter. Das wäre viel, viel besser. So, hätten wir den erledigt. Nein. Ja, das habe ich dann schon gemerkt. Das ist ja sowas von cool. Sowas von cool. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Ich würde es auch ganz gerne mal sehen. Aber ich habe ein Gameplay schon gesehen. Im Internet. Auf YouTube. Ich bin Rotzweig. Ah, nee. Das war ein anderer. Der hat es fast. Der hat es fast. Noch einen. Tötet ihn. Tötet ihn aneinander. Der hat es fast. Jawohl. Jawohl. Gewonnen. Das, meine lieben Freunde, war Star Wars Battlefront. Das neue Add-On. Wir haben den Todesstern vernichtet. Jawohl. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also, das neue Add-On ist cool. Das ist richtig cool. Vor allem, weil man jede Karte gewinnen muss, um zum Ende zu kommen. Und wenn man verliert, dann können die anderen dran. Das finde ich ziemlich cool. Ja, wir müssen noch einen Kill erledigen. Ja. Schön. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns dann. Ciao. 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 Vielen Dank.